einen wunderschönen guten abend guten abend ja paddel 1469 egal so du redest mich mit paddel ach quark so weit ist es noch nie so es wurde von nicht vielen leuten entschieden aber die shader sollen bleiben also bleiben sie auch hier dementsprechend bleiben sie ja wir haben diesmal sogar einen plan was wir machen wollen das ist wahnsinn und zwar ist uns ja schon das ist ein ewiges laster hier dass hier drunter unsere schienen schon verlaufen und das wollen wir jetzt das wollen wir jetzt hier einfach nur tiefer legen genau so dass wir das hier nicht mehr unbedingt sehen zumindest beim wasser nicht jetzt ist die frage setzt man es bloß ins tiefer oder setzt man es noch tiefer ne ich würde es so weit tiefer setzen warte ich gucke mal und das wasser ich wurde es bestimmt drei oder vier tiefer setzen hat dann besser komplett weg ja ja das bloß aus wasser zu sehen ist halt und vielleicht den rahmen dann dass du das so ein bisschen siehst ja so wie drüben bei den abflüssen oder irgendwie sowas dass man sozusagen hier hinten anfangen genau eigentlich brauchen wir nur erstmal tiefer buddeln und dann brauchen wir bloß das glas runterziehen und oben weg machen ja so wird es werden so genau hier geht es irgendwo runter und hier ist ja nämlich auch die stadtmauer schön dass man drunter gucken kann ja 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 siehst du ja auch schön dass okay ein ganz kleiner moment ich muss mal schnell was umstellen ich finde ein bisschen die mucke zu laut die stelle ich jetzt aber ein bisschen um das seht ihr nicht so das sieht niemand so jetzt ist aber leiser da stört die mich jetzt ohne so weil das hat richtig wäms gemacht hier so ja 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 aber weil ich musste dich lauter schalten habe mitbekommen dass in der letzten aufnahme dass das so ein bisschen leiser warst ich hoffe du bist jetzt lauter ansonsten muss ich mir nächste aufnahme wird es dann wieder besser so hier geht es auf jeden fall jetzt runter ich will aber auch ich will jetzt aber auch nie alles tiefer setzen sondern wir setzen einfach nur das was einem fluss ist tiefer und müssen dann halt sehen dass wir das ganze wasser dann vielleicht wieder auffüllen kann sein dass dadurch die strömung dann nicht mehr so gut aussieht von dem fluss der hier lang fließt ja das gucken wir dann aber immer dann gleich mal sehen ja ja stimmt jetzt ist ja auch dann wieder die scheiße die dann los geht wenn wir das hier fertig haben haben wir noch eine coole sache das wird ein lustiges projekt da können wir gleich mal ein bisschen wieder mal unsere landschaft bestaunen begucken was genau will ich jetzt natürlich noch nie sagen soll ja ein bisschen du musst mir eh sagen wie das steht mir war das zu blöd beschrieben ganz easy ist es wirklich einfach nur durch die karte durch die karte laufen so 08 15 mäßig ja es ist auch nie gut es ist nie so gut beschrieben aber mit meinem brain geht das oh ja oh jones oh das muss ich mir mal gucken was ist das denn hier wenn ein lava tümpel das ist ja geil den müssen wir verglasen ja den verglasen wir aber da haben wir richtig knapp gebaut ja das kriegt man hin das wird dann schon so immer können wir noch nie nach oben es ist ein ganzes stück was hier tiefer gelegt wird aber wir müssen ja noch ins tief oder lassen wir es die höhe die sollte auch gehen oder ich glaube so tief war der see allgemein gar nicht sonst machen wir das bei dem wasser eben so dass es hier nicht drei hoch ist sondern auch plus zwei hoch ja und damit haben wir das auch erledigt so hier geht es jetzt langsam wieder nach oben das werde ich jetzt mal hier machen gehst du nach oben dann wird man dich loben ja genau so die das sprichwort genau so nicht anders so dann bauen wir das jetzt hier schön sollt gar nicht so lange dauern vielleicht 40 folgen bis wir das hier fertig haben viel länger wird das nie sein macht euch da mal keinen kopf genau so da das hier die höhe ist können wir hier nur können wir hier noch ach nee hier ist schon wieder schluss schade gut dann ach nee hier kann ich es ja natürlich nie so machen hier muss ich ja leider stein nehmen weil wir sonst die fliesen nie sehen wollte ich gerade sagen die lava nie sehen so sehen was er aber das nehmen wir hier noch weg so im endeffekt sieht das jetzt so aus schön echt hübsch wunderbar naja irgendwas ist ja immer ja ich würde jetzt hier einfach erstmal alles mit stein machen das würde ich diesmal richtig bauen wollen dass auch die wände richtig sind weil das haben wir ja bei dem anderen hier auch gemacht und deswegen machen wir das auch so muss ja schön aussehen zack und der graue der ist irgendwo da hinten und macht irgendwas ich mache hier gerade dass man die mauer immer sieht von unten aha ja das muss ja auch gemacht werden ne solange kein wasser reinläuft nee da pass ich schon auf weil ich würde dann erst die wand runter ziehen und das dann einfach von oben kaputt machen das glas kommt nämlich gar kein wasser rein muha ha 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 hu 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 oh so ich glaube das lied war nur so extrem laut ich werde jetzt ich werde hier eine mischung finden wo ich das hier so angepasst habe ich probiere es mal so das lied sagt mir gar nicht weil grau ist ja dafür zuständig dass immer wieder mal neue musik in die playlist kommt doch die gibt das gibt schon ja da bin ich eines zu ich muss aber zugeben ich habe es nicht gemacht heute na toll weil so wird unsere playlist immer länger und deswegen legt man das jetzt fest vor jeder aufnahme session guckst du immer mal ob du noch mal ein zwei neue lieder findest ja weil so wird die nämlich schön groß das stimmt und da kann man noch mal manches raushauen wo man langsam keinen bock mehr drauf haben was aber nicht jetzt was es nicht gibt was bisher noch nicht der fall ist nö so da ist die seite bis dahin fertig ja dann mache ich von der hier weiter geht doch schnell so liebe zuschauer was haben wir denn heute die woche so gemacht heute ist schon wieder dienstag schrecklich ich habe keine ahnung wie das passieren konnte was wir mal dienstag ist oder was wieso schon wieder dienstag ist die zeit vergeht doch einfach wieder es ist schon wieder ich habe gerade gedacht du spielst gerade darauf an dass hier gerade der tunnel bisher geflutet war nee das mache ich nie weil das ist mir gar nicht aufgefallen ja gut aber ich rieche wasser kann es sein dass du den tunnel geflootet hast kurzzeitig nein so nein gibt's nie das könnte keiner wissen dass hier das kann ja keiner wissen so hätten wir das ja auch wieder geklärt so warum musst du den boden machen geht ja richtig zügig heute bin ja auch ziemlich schnell was möchte ich jetzt hier noch sagen und was wollte ich noch ach ja ja schon wieder dienstag wir gehen auf ende april zu warum die zeit wo ist die zeiten die zeit ist einfach nur weg naja und bald geht ja schon wieder die ersten zehntlössler in die prüfung das ist ja auch bald schon wieder der fall das wird wieder anstrengend für ohne meine güte das wird aber stressig ja für uns für uns tierisch ich kann mich kaum noch halten vor stress ach ihr schafft das schon ja jetzigen zehntester die jetzt hier zugucken sollten wir haben das auch geschafft vor allem so vor allem graue hat es geschafft also schafft ihr das doch so ist jetzt hier was wenn ich jetzt hier oben machen so und damit brauche ich jetzt hier nur noch runter aber dann habe ich geschafft dann kann ich die gleise verlegen ach nee quatsch schon mal erst mal die decke ja das dauert ja auch nicht lange so zack die decke machen wir jetzt denn ich habe hier schon alles fertig gekleidet dann nehmen wir das glas eigentlich könnte man ja blaues glas nehmen da sieht das das gab es zu dem zeitpunkt wo wir das hier gemacht haben nämlich noch nie ich würde natürlich auch gehen so ja wenn blau gibt es nie ach es ist englisch okay dann nehmen wir blue doch halt blau light blue hätten wir und äh oder blaues jetzt habe ich wolle glaube ich genommen oder wohl ja so sieht halt blau aus warte ich habe jetzt erst mal light blue genommen das ins zu hoch was so hoch das kommt hier an hier so ganz weh zu hoch also wehste ach machen wir doch jetzt ins naja wenn es ins wasser geht da machen wir es tiefer haben wir ja gesagt das haben wir eigentlich gesagt und dann meinst du so warte jetzt mache ich hier das hin das ist das helle blau dazu toll dass auch draußen nacht ist das gefällt mir gerade super ja damit sieht man es ist schwierig ich glaube das dunkle ist besser ja also mobs ich meinen nie alle weghauen mann oder habe ich noch gekriegt nö hier 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 danke so und dann ziehen wir hier schön alles lang ach so die fackeln müssen natürlich unten ran kümmerst du dir einfach um die fackeln würde ich sagen wir können ja auch hier in die mitte light stone setzen nämlich ja da sieht es da brauche ich nicht mehr ja kann man auch machen haben es ja jetzt also ihr braucht ja nie wundern dieser tunnel hier ist komplett im kreativ damals entstanden haben wir offscreen mal gemacht das ist das stimmt ewig her der erste mit ur ja so und hier kann es ja dann wieder hochgehen das war dann mal hier so zugleistern das war unser erster tunnel glaube ich auch bald ja nie obwohl nie der tunnel hier ging ja zu äh na der geht zum dschungel genau nämlich der ups wir haben den dschungel tunnel so oh da haben wir das hier auch gleich ey ach hier ist ja schon schluss meine fresse äh die light stones wie bringst du die an unten gut da mache ich hier auch zu aber dann müssen wir erstmal die fackeln natürlich weg machen hier an der stelle sonst wird das wieder nicht und ich habe angst dass ich dabei was anderes mit zerstöre wenn ich hier die fackeln abmache das ist ja oh mein gott und es ist passiert es war ein schlimmes aber es ist passiert was machst du hier eigentlich für ach nee sind ja dieselben wenn sie nie leuchten sind sie bloß so orange und die shader wieder auch so schön die shader graue hat die sich jetzt auch drauf gemacht mehnt da ja scheint nie zu gefallen er musste brechen das ja ich muss ja nicht erstmal übergeben mal schnell rein brechen so dann geht es jetzt hier noch zack bauen wir die mitte noch zu und dann gucken wir mal wie wir hier weiter verfahren weil äh oben müssen wir noch ein bisschen terraform weil der baum der durfte jetzt nicht mehr so rumstehen so blöd der steht nämlich gerade so ein bisschen in der luft ich spreche von dem baum hier wird es schon wieder dunkel oder wird es gerade hell war es nicht gerade dunkel draußen ja ich wird gerade hell mensch weil jetzt wird es komisch naja so hier ist ja noch vielleicht ist heute ein bewölkter tag oh ja das kann natürlich sein so so hier oben bleibe ich natürlich noch ein bisschen ach herrje das wird ja witzig hier das müssen wir dann von ganz oben zerstören glaube ich wieso ist denn hier jetzt so viel davon das kann sein weil ich halt dort erst die zweite dienst reingebaut ach so oh wie blöd ist das denn ey so wieso machst du denn das hier kaputt was ist denn das warum denn ja warum machst du das blaue hier kaputt ich mach das blaue dort hast du hast du das war es außer sich nein ja doch so äh ich glaube lässt es jetzt schon fluten oder nicht ja wenn wir alles naja nee ja doch aber ja aber nee aber ja aber nee jetzt kommen wir hier nicht hoch so naja wir müssen wirklich jetzt bis zu dieser Stelle alles wegbolzen wie bis zu welcher Stelle äh alles was hier drüber ist erstmal ich nehme erstmal die unterste Schicht hier weg weil hier muss ja dann entweder Sand am besten wegen Wasserfluss hast du es am besten wenn du unten am Fenster ja naja hier würde ich dann Sand wieder hin machen oder so dort wo ich jetzt bin machen wir einfach komplett Sand ja warte du machst gleich den Sand hin ja naja aber was soll's gut ich würde sagen in der nächsten Folge machen wir den Sand und in der Zeit gucken wir uns hier den Ausblick an so da oben und wird dann sagen bis zur nächsten Folge wir danken fürs Zuschauen tschüss tschau